Hier testet eine TikTokerin, ob sie allergisch ist und das macht sie mit Hilfe eines Patch-Tests. Das ist nichts anderes als Pflaster und diese Pflaster hat sie mit verschiedenen Inhaltsstoffen, also zum Beispiel Conditioner, Shampoo oder eben auch Nagellack, draufgeschmiert und die klebt sie für 24 Stunden auf die Haut. So funktioniert das eigentlich auch beim Arzt. Wollen wir das mal gemeinsam ausprobieren, dann schreibst du in die Kommentare und bleib neugierig.